Hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein 3D. Oh so, ist ein eures Start, ein sehr eures Start, Alter. Mieser kann es gar nicht laufen. Ja, wir sind jetzt hier in einem Wolfenstein 3D Level wieder und das muss ja gehen, dass ich es schaffe. Ja, da haben sie sich was gedacht dabei. Das ist gut. Ich gehe mal da durch. Ja, da kommt die hier. Oh, ich schlug bei dir. Oh, ich schlug bei dir. Oh, ich schlug bei dir. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es noch immer auf dem Index ist oder nicht. Aber wahrscheinlich schon, weil sonst würde es das ja geben. Nein, es ist sicher auf dem Index, Leute. Was rede ich da? Es ist hundertprozentig auf dem Index. Oh, ich schlug bei dir. Oh, ich schlug bei dir. man ist aber auf jeden fall schon länger am leben als letztes mal es gibt aber immer wieder welche es gibt immer wieder türen fünf schoss ist was lange überlebe ich das nicht mehr glaube ich fach oder wie viel sind das jetzt ich bin so was von dem arsch nein 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 nice das werden wir als extra episode machen deswegen beenden wir das hier und beginnen eine neue dann macht es gut bis dann ciao und baba